RubbleMaster gibt es seit 1991. Die Produkte von RubbleMaster befassen sich mit Aufbereitung von mineralischen Stoffen. Das heißt, es kann Bauschutt sein, es kann aber auch Naturstein sein. Wir befassen uns mit Prallbrecher, die die Produkte zerkleinern, aber auch mit Siebanlagen, die dann hinter unserem Brecher stehen und das gebrochene Material aufsieben in die einzelnen Fraktionen und somit dann das Material direkt gleich wieder verwendet werden kann. Wir haben mehrere Komponenten von IFM im Einsatz. Zur Steuerung unserer Anlagen, aber auch zur Visualisierung die neuen Displays der CR-Serie, die kleinen Basic-Controller für kleinere Steuerungsaufgaben wie zum Beispiel bei unseren Optionen, den angehängten MS-7, aber auch zum Beispiel Drucksensoren für unsere hydraulischen Kupplungen. Die Qualität der Produkte ist sehr wichtig, vor allem die Robustheit der Produkte ist in unserem Einsatzfall extremst wichtig. Wir haben Schockvibrationen durch die Zernkleinerung, wir haben Umwelteinflüsse von tropischer Hitze bis Kälte Sibiriens, wo unsere Maschinen betrieben werden und auch Staub, Feuchtigkeit, Schmutz ist immer ein Thema. Der Support von IFM ist sehr gut. Es gibt keine Situationen, in der wir uns irgendwie im Stich gelassen gefüllt hätten. Der Slogan Close to You wird definitiv gelebt und durch die langjährige Partnerschaft mit denselben Kontaktpersonen entsteht auch ein kollegiales Verhältnis. IFM wird definitiv auch in Zukunft ein Partner für RubbleMaster sein, auch mit neuen Steuerungen und anderen Produkten.